Herzlich Willkommen bei den 68. Betontagen und Stephanie Blank, unsere Organisationsleiterin und ich, machen Sie gespannt auf das Programm. Wir haben einen ganz bunten Blumenstrauß an Themen im Fachprogramm für Sie vorbereitet in verschiedenen Podien, wie Sie es gewohnt sind. Begleiten Sie uns jetzt auf unsere Reise durch die verschiedenen thematischen Schwerpunkte und schauen Sie mal, was wir für Sie vorbereitet haben. Das Motto unserer diesjährigen Betontage ist Transformation gestalten. Ein großer Begriff, der gerade in sämtlichen Bereichen des Lebens kursiert. Was hat denn das Ganze genau mit der Baubranche zu tun? Wie kann sich das auf Betonbauteile niederschlagen auf unseren Markt und vor allem, wie haben wir es im Programm aufgegriffen? Ja, zwei Schwerpunkte haben wir bei der Eröffnung dieses Mal, nämlich das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Leichtbau. Und da haben wir zwei sehr prominente Vertreter da. Jörg Heinkes, ein bekannter Unternehmer, Keynote-Speaker, hat viele Startups gegründet im Bereich KI, ist ein fachkundiger Experte über humanoide Roboter und wie die vielleicht auch die Baustellen und auch die Werke revolutionieren. Danach schließen wir an nach der Kaffeepause mit Werner Lohscheider, Referatsleiter zum Thema Leichtbau im BMWK. Und beides sind Kontakte, die wir so ein bisschen auch aus der verbandlichen Kommunikation haben. Und das ist sehr bemerkenswert, weil es dafür auch noch Fördermittel gibt. Und wir toppen das Ganze dann noch mit einem quasi alten Bekannten, mit Professor Manfred Kurbach, der seine Idee der Lausitz Art of Building, dieses Bauforschungszentrum, jetzt auf Umwegen doch noch in die Spur gebracht hat. Da freuen wir uns sehr drüber. Das heißt jetzt Living Art of Building und bringt sozusagen die perpetuierte Innovation auch in das Bauwesen ein Stück rein. Und am Schluss geht es dann noch ganz innovativ in Richtung Mittagspause. Und zwar haben wir unseren ganz neu aufgesetzten Innovationspreis, der dann verliehen und der Gewinner oder die Gewinner bekannt gegeben wird von Herrn Professor Garecht, bewährt moderiert. Freuen Sie sich mit uns. Wir haben rund 25 Bewerbungen und sind genauso wie Sie gespannt, wer es denn wird. Seien Sie gespannt auf das Programm der Betontage. Wir freuen uns genauso, auch wenn wir schon ein bisschen was kennen, aber es wird spannend. Auf jeden Fall. Bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf Sie im Mai im Ulm.